In diesem Fall ist immer der oberste Ding, was der Kreder zu ziehen. Hoi, hoi, hoi. Freiflichte, Schnapp, 1,20 Euro. Radler, 1,50 Euro. Gibt es auch Radler? Geil. Ich werfe euch. Jogola. Fandorfen. Licht von Agro, Pilz. Pilz, Alex. Und nochmal eins. Was haben wir da? Flitschgewasser, Kreuzelikör, Hirsch, Bibi, Bubi und Schwarzwälder, Mirabelle. Die sind ja verschwiesen. Silke, das nennst du mir. Ich habe geheirat schon. Ich habe hier ein Kräuterlikör. Selbstversorgung. Ich probiere, das wäre es jetzt. Ich habe hier alles durch. Die Augen verbrüllen. Das ist voll gut. Das geht aus. Einmal schwüllen. Stell dir mal vor, wenn wir sowas für Jungen nehmen. Kann ich jemanden zeigen lassen nochmal, Will? Ich habe mit der Jungen, den damals an der Pfalz stehen. Die gingen freiwillig. So war es jetzt hier. Sehr gut so was, ne? Ja. Was ist denn so, dass der Wasserschlauch bleibt? Ist das Hirschwasser oder Obstlauch? Kühlwasser. Kühlwasser. Wir sind hier beim Schnapsbrunnen Guldschlägeltal. Oder wie heißt er? Gottschlägtal. Gottschlägtal. Wir sind hier beim Schnapsbrunnen Gottschlägtal. Und man kommt unter anderem vorbei, wenn man auf dem Premium Wanderweg in Karlsruher Grat wandert. Dann kommt man mit dem Schnapsbrunnen vorbei und wirklich empfehlenswert. Ist das cool? Das ist schon der Hammer. Oh, Naturrat. Das ist ja Kacknaller, oder? Okay, das müssen wir ungefähr nehmen. Dass wir uns gleich k dentro sind. Meine juga Kacknaller. Untertitelungauto optics. Der Bevölkerung fragt die Schifflägtal im Himmel